So, einen schönen guten Tag zusammen heute an diesem Dienstag, den 4.12.2018. Wir sind eingeladen in das wunderschöne Atelier von Dr. Stefan Schulmeister, überblicken hier die linke und rechte Windseile an diesem sonnigen Wintermorgen und freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Dr. Schulmeister. Vielen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank. Schönen Vormittag. Danke für die Einladung nochmal. An meiner Seite ist Dr. Thomas Weiß, unser Techniker und Mathematikspezialist und zugeschaltet sind uns einige aus der Akademie, vor allem Wolfgang wird dann auch die eine oder andere Frage an Sie stellen, Herr Dr. Schulmeister. Folgender Vorschlag, da wir Ihre Arbeit schon recht gut kennen, werden wir nicht eine gesamte Vorstellung Ihrer sozusagen gesamten Theorie machen. Wir haben auf unserer Playlist auf YouTube haben wir auch einen Einführungsvortrag oder sogar mehrere von Ihnen eingefügt und empfehlen den auch zum Anschauen. Vielleicht haben Sie auch eine Zusammenfassung im Kopf, wo Sie sagen, da habe ich einen Vortrag gehalten, der sehr gut zusammenstellt, was ich so sage. Fällt Ihnen da gerade eine Empfehlung ein dazu? Eigentlich nicht unbedingt, da ich vorkommen frei spreche, sind die Vorträge nie so perfekt aus dem Ei gepellt, wie etwa die Vorträge des Herrn Professor Hans-Werner sind, also da fällt mir eigentlich nicht unbedingt etwas ein. Kürzlich war es für ein Stadtgespräch mit dem Peter Wehmer, das allgemein als sehr gut bewertet wurde, aber ich selbst habe es gar nicht angehört. Ich habe es mir angehört und ich kann verstehen, dass es gut bewertet wird, also das ist sicherlich auch eine Empfehlung wert. Wenn Sie vielleicht doch ganz kurz skizzieren, inwiefern Sie auf diese lange Zyklen-Theorie gekommen sind, der Wechsel zwischen realkapitalistischer und finanzkapitalistischer Spielanordnung, wie Sie das nennen, wenn Sie ganz kurz diesen Gedanken vielleicht skizzieren, weil, und das ist dann der Connex, das ganz gut zu der Arbeit auch von Wolfgang Stützel passt, der es auf eine bisschen andere Art und Weise macht, aber da würden wir gerne den Connex herstellen. Nun, der Ausgangspunkt liegt aber eigentlich in einem ganz konkreten Ereignis, das war die Schuldenkrise Lateinamerikas 1982. Die damalige Erklärung, dass das auf Strukturprobleme zurückzuführen sei, konnte ich nicht akzeptieren, weil ja die gleichen Länder zwei, drei Jahre vorher die Vorbildsländer der dritten Welt waren und im Zuge der Spurensuche kam ich auf die enorme Bedeutung der Kursschwankungen des Dollars, der Weltwährung. Warum? Weil eben alle Rohstoffe in Dollar notieren und auch internationale Schulden und in den 70er Jahren hatte der Dollar massiv abgewertet. Das war natürlich eine Verführung für Länder wie jene in Lateinamerika, immer mehr alle Kredite aufzunehmen. Und dann ab 1980, nach der Wahl von Ronald Reagan zum Präsidenten, stieg der Wechselkurs des Dollars so dramatisch, dass damit eben die reale Last der Dollar Schulden aufgewertet wurde. Und 1982 war Lateinamerika Pleite mit katastrophalen sozialen Folgen. Und das war mein Ausgangspunkt für das Nachdenken. Erstens über die Instabilität der Finanzmärkte, was steckt dahinter? Und dann begannen zehn Jahre Feldforschung, also in Trading Rooms gehen, mit den Spekulanten sprechen, die an Spekulationssysteme nachkonstruieren. Und erst Anfang der 90er Jahre, also etwa zehn Jahre später, habe ich mir überlegt, was ist der langfristige Kontext dazu, weil ich natürlich verglichen habe, die Welt zunehmender Finanzinstabilität seit den 1970er Jahren mit der Welt, in der ich als junger Mensch aufgewachsen war, in der ich auch zu studieren begonnen hatte. Und das war eben eine Welt, in der die Finanzmärkte radikal anders behandelt wurden als die Gütermärkte, nämlich strikt reguliert wurden. Und daraus folgte wieder der Gedanke, vielleicht ist das Phänomen des langen Zyklus, also der Tatsache, dass über 20, 30 Jahre Aufschwungsphasen zu beobachten sind, gefolgt von jahrzehntelangen Abschwungphasen. Vielleicht ist dieses Phänomen eben nicht erklärbar durch technologische Basisinnovationen, wie das Kontradjew getan hat, sondern durch eine Abfolge unterschiedlicher kapitalistischer Spielanordnungen, je nachdem, welche Aktivitäten die Kernenergie des Kapitalismus das Profitstreben antreibt. Unter dem, was ich realkapitalistische Spielanordnung nenne, kann sich das Profitstreben nur in der Realwirtschaft entfalten, wie in den 50er und 60er Jahren, weil durch Regulation der Finanzmärkte dort kein Gewinn zu erzielen ist, während umgekehrt seit den 70er Jahren die Finanzmärkte boomern. Der Grundsatz, lassen wir unser Geld arbeiten, alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft durchzieht, wie etwa die Altersvorsorge durch Kapitaldeckung etc. Und das ist verknüpft mit einer Abschwungsphase aus dem banalen Grund, weil Geld eben nicht arbeitet, sondern nur Menschen mit Maschinen. Und noch ein zweiter Punkt, laut Kontradjew hätte eigentlich der große Aufschwung seit den 70er Jahren beginnen sollen. Warum? Weil wir seit den 70er Jahren in der Tat gewaltige Basisinnovationen erlebt haben im Bereich der Informationstechnologie und ihrer vielfältigen Umsetzung bis hin zu Robotics, Industrieroboter und all das, Internet. Dann die Biotechnologie, die weite Bereiche im Bereich Pharmazie, Nahrungsmittel etc. maßgeblich verändert hat. Und schließlich auch noch die Nanotechnologie. Während in den 50er und 60er Jahren im Vergleich dazu keine radikalen technologischen Revolutionen stattgefunden haben. Und das schien mir eine Bestätigung meines Alternativansatzes zu sein. Es ist so, diese zwei Spielanordnungen unterscheiden sich durch die Art und Weise, wohin sich das Profitstreben verlagert. Jetzt ist meine Frage, die sich da voran steht. Wie sind Sie auf diesen Gedankengang gekommen? Gibt es da einen ideengeschichtlichen Hintergrund dazu, dass Sie sich auf diese Art und Weise dem Thema genähert haben? Weil bei Stützel lässt sich da einfach irgendwie sozusagen eine Vergangenheit dazu finden. Also er findet schon bei Wixell den Unterschied, den Wixell macht zwischen natürlichem Zins und sogenanntem Geldzins. Sie sagen dann Profitstreben, Profit versus Wachstumsrate. Ja, bei mir ist es viel weiter gefasst. Denn Stützel hat ja seine Forschungen in den 50er, 60er, 70er Jahren teilweise noch in den 80er Jahren gemacht. Aber das Denken jedes Menschen, glaube ich, wird sehr stark geprägt von seinen jungen Jahren, insbesondere auch dann als junger Wissenschaftler. Und das war natürlich eine Zeit, in der die Finanzmärkte in den 50er, 60er Jahren eben direkt reguliert waren. Und deswegen hat sich Stützel stärker auf die Größe Zinssatz in Relation zur Wachstumsrate konzentriert, weil ja eben Wechselkurse, Rohstoffpreise, Aktienkurse damals vergleichsweise stabil waren, während ich doch um einiges jünger zwar noch aufgewachsen bin in der Welt regulierter Finanzmärkte, aber mein Berufsleben begann ich nahezu exakt ab dem Zeitpunkt, wo die Entfesselung der Finanzmärkte einsetzte, nämlich 1972 und ich habe daher diesen Bruch zwischen einer Welt, in der etwa Unternehmer sich nicht kümmern müssen über die künftige Entwicklung der Wechselkurse oder des Erdölpreises oder allgemein der Energiekosten etc. und jener Welt, wo die finanziellen Rahmenbedingungen, auch die Exportmöglichkeiten durch mögliche Aufwertungen etc. immer instabiler wurden. Diesen Bruch habe ich ganz, ganz konkret erlebt, sowohl in den ersten Jahren im Institut für Wirtschaftsforschung als auch sozusagen im Nachdenken über meine ganz konkrete Alltagserfahrung und dazu kamen natürlich Einflüsse von der Wissenschaft. Ich habe im Zuge der 1970er Jahre, also mit etwa 30 Jahren, erstmals die allgemeine Theorie von Keynes gelesen und bin dann bei einem Kapitel hängen geblieben, das für mich heute noch das breiten Originellste ist. Das ist eben jenes Kapitel, in dem Keynes, wenn auch nur in Grundzügen, das Bild entwickelt von einem Menschen, dem ökonomischen Akteur als Homo Humanus, wie ich das nennen möchte, im Gegensatz zum Homo Economicus, also der Vorstellung, der wirtschaftliche Akteur ist seinem Wesen nach nicht nur rational, sondern emotional, er ist seinem Wesen nach sozial interagierend, daher Herdeneffekten ausgesetzt, Marktstimmungen, wechselseitige Ansteckung und das ist natürlich das radikale Kontrastprogramm zum Homo Economicus, der Gleichgewichtstheorie und was mich fasziniert hat, war jetzt der Gedanke, dass sowohl Keynes als auch Kalecki, als auch Karl Marx, als auch Schumpeter zwar an mehreren Stellen von Rentiers sprechen, also sozusagen andeuten, dass das ökonomische Interesse dessen, der sein Vermögen in Realkapital investiert, eine Firma gründet, Produkte entwickelt etc., ein anderes ist, als das Geldsack, simpel gesprochen. Also jemandes, der viel Finanzkapital hat und nur Kraft des Besitzes, nicht Kraft unternehmerischer Tätigkeit, einen Teil des Sozialprodukts für sich gewissermaßen abzwackt. Aber alle diese großartigen Denker haben meiner Ansicht nach diesen Gedanken nicht durchgezogen. Das habe ich dann ein bisschen als meine Lebensaufgabe angesehen oder es hat mich jedenfalls fasziniert. Lässt sich in Grundzügen ein qualitatives Modell des Wirtschaftslebens skizzieren, in dem der Interessegegensatz zwischen Realkapital und Finanzkapital, zwischen unternehmerisch tätigen Akteuren und zwischen Rentiers, wenn Sie so wollen, Geldzeckenvermögensbesitzern im Zentrum steht. Und an dem habe ich dann in den letzten 35 Jahren eben gearbeitet und versucht, drauf zu kommen, wo man andocken kann, wo es also Schnittstellen gibt zu schon bestehenden ökonomischen Theorien und wo ich versuchen sollte, wenigstens hypothetisch, durchaus vorsichtig Eigenes zu skizzieren. Jetzt sind wir ja nicht zum ersten Mal in einer, wenn man so will, finanzkapitalistischen Spielanordnung. Also man könnte ja das zeichnen zu sagen, es gibt den Goldstandard vor dem Ersten Weltkrieg und dann auch danach nochmal kurz, aber dann kommt der Erste Weltkrieg und dann gibt es sicherlich bis 1929, kann man sicherlich sagen, gibt es eine finanzkapitalistische Spielanordnung in dieser Zwischenkriegszeit. Dann kommt der große Crash 1929 und dann auf eine bestimmte Art und Weise die komplette Zerlegung des internationalen Systems. Da scheitert ja dann nochmal eine Konferenz 1931. Dennoch in den USA dann als Reaktion auf die unglaubliche Schwere der Krise dann sicherlich ein Wechsel im Denken mit Roosevelt, dem New Deal dann und dann letztendlich, auch wenn das dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg kommt, das Bretton Woods System, das ja bis, haben Sie vorhin schon skizziert, bis 71, 73 hält und dann, wenn man so will, den Wechsel zurück wieder in eine finanzkapitalistische Spielanordnung sicherlich bis 2008. Dann gibt es kurze Diskussionen auch, die internationale Währungsordnung soll sich ändern. Da gibt es vom chinesischen Zentralbankpräsidenten, auch vom IMF gibt es verschiedene Vorschläge. Aber heute, 2018, haben wir eigentlich noch keine andere Spielanordnung. Und jetzt die Frage an Sie, wie ist denn das möglich, dass wir eine Wiederherstellung einer realkapitalistischen Spielanordnung machen? Sie machen ja da konkrete Vorschläge mit einem New Deal für Europa. Wie schaffen wir diesen Zyklus zurück? Hoffen wir mal, dass das dann wieder auch zurückschwingt, den zu befeuern und weiter voranzutreiben. Ich bin ein Empiriker und die Erfahrung würde mir leider zeigen, dass ein gründliches Undenken nur in schweren bis katastrophalen Krisen passiert. Sie haben es ja gerade angedeutet mit der Abfolge Weltwirtschaftskrise, Aufstieg des Faschismus und Zweiter Weltkrieg. Das war die größte menschengemachte Katastrophe der Geschichte. Und dementsprechend war auch das Aufarbeiten dieser Katastrophe gründlich und nahm unter anderem die Form einer neuen Theorie durch den englischen Ökonomen Keynes an. Weiters hatte diese Katastrophe ja zur Folge, dass der Sowjetkommunismus bis Mitteleuropa vorrückte und damit einen Druck schuf, im Westen jetzt einen Kapitalismus mit sozialem Gesicht zu versuchen. Weil klar war, noch eine Weltwirtschaftskrise dieses Typs würde der Kapitalismus angesichts des Kalten Krieges eben nicht überleben. Auch das hat sicher dazu beigetragen, dass in den 50er und 60er Jahren sowas wie eine soziale Marktwirtschaft bei strikter Regulierung der Finanzmärkte möglich war. Nun, die Finanzkrise 2008 ist im Vergleich zur Weltwirtschaftskrise, auf Wienerisch würde man sagen ein Frühlingslüfterl, also das war noch viel zu wenig und besonders für die Eliten viel zu wenig, um ihre eigenen Überzeugungen oder was besser ist, wirklich die umfassende Weltanschauung, dieses Paradigma, das sich durchgesetzt hat, der Markt hat Recht, die Politik soll sie zurückziehen und all das, was man vereinfachend das Neoliberalismus bezeichnen kann, um also diese Weltanschauung wieder loszuwerden. Und Sie haben es ja schon vorher angedeutet mit der Entwicklung im 19. Jahrhundert, wenn es zwischen etwa 1890, 1895 und dem Ersten Weltkrieg tatsächlich eine beeindruckende Aufschwungsphase gab, die man ja als Belle Epoque, also als diese schöne Zeit, bezeichnet, ohne Finanzkrise mit relativ stetigem und kräftigem Wirtschaftswachstum, wovon man ja in Wien, wenn man durch die Stadt spaziert noch viel sehen kann, also dieser Gründerzeit-Boom, der zweite im Ende des 19. Jahrhunderts, ja, dann muss man im Auge behalten, dass dem ja vorangegangen war, eine Finanzkrise, nämlich der Börsenkrach 1873, dann eine langdauernde Depressionsphase von den Historikern als die lange Depression bezeichnet, um also die Aufschwungsphase der Belle Epoque, ob die eine realkapitalistische Aufschwungsphase war, zu verstehen, muss man die Vorgeschichte berücksichtigen und die bestand im Börsenkrach 1873, gefolgt von der sogenannten langen Depression der 1870er, 1880er Jahre und in dieser Phase sind jetzt folgende Dinge passiert. Erstens, die Zahl der Opfer der Krise nahm zu, also die soziale Lage des Proletariats hat sich verschlechtert. Zweitens, und entscheidend, die Opfer hatten eine neue Navigationskarte, in Grundzügen bereitgestellt durch die Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. Und drittens, auf Basis der Navigationskarte haben sie sich organisiert, in Gewerkschaften in der Sozialdemokratischen Deutschen Arbeiterpartei 1875 und diese drei Dinge zusammen haben dann eine solche Kraft entwickelt, dass der deutsche Reichskanzler Bismarck eben sich genötigt hat, den Sozialstaat einzuführen, um gewissermaßen die Arbeiterbewegung zu spalten, also die revolutionäre Spitze abzubrechen und zu demonstrieren. Auch der bürgerliche Staat kann sozusagen soziale Maßnahmen setzen und auf Basis dessen hat sich dann eben die Belletbock entwickeln können. Das Ganze, was ich jetzt skizziert habe, wäre sozusagen der lange Zyklus vor dem Ersten Weltkrieg, der eben durch den Ersten Weltkrieg dann sozusagen unterbrochen wurde. Und wenn man diese Erfahrungen auf die Gegenwart überträgt, muss man natürlich sehr besorgt sein, denn mir war klar, dass die Finanzkrise 2008 nicht einen Wendepunkt darstellen kann. Weil das, was diese jetzige Krise von früheren Krisen unterscheidet, ist, dass noch nie eine wirtschaftswissenschaftliche Weltanschauung so lang und so umfassend dominiert hat, wie die neoliberalen Theorien, insbesondere in Gestalt der renovierten Gleichgewichtstheorie, also dessen, was die Schule von Chicago in den letzten Jahrzehnten gepusht und durchgesetzt hat. Und wenn jetzt 40 Jahre lang ein Weltbild dominiert an den Universitäten, wenn die Lehrbücher so ausgestaltet sind, die Studienpläne nur solche Inhalte haben, mit denen im Wesentlichen das Marktdiagramm, Angebot, Nachfrage, Preisbildung, die sogenannte mikroökonomische Fundierung der Makroökonomie, die es de facto dann gar nicht mehr gibt, unterrichtet wird, dann spuckt sozusagen das universitäre Bildungssystem lauter Ökonomen aus, die nunmehr in der Europäischen Zentralbank, Europäischen Kommission, in den Banken, in den Vorzimmern der Minister etc. überall sitzen und natürlich einen Einfluss ausüben. Das heißt, ein Paradigma, das sich dermaßen stark verfestigt hat, braucht meiner Ansicht nach leider auch eine erschütternde Krise, die könnte in der kommenden Finanzkrise passieren. Es kann aber auch sein, dass die kommende Finanzkrise auch noch immer zu schwach ist und eigentlich eher zu einem sanften Faschismus in Europa führen wird, eine Art Urbanisierung, in der sozusagen die verunsicherten, verbitterten, wütenden Menschen sich immer mehr zuwenden, Populisten aller Art, in der der Nationalismus daher wieder zunimmt, in der man wieder nach Sündenböcken sucht, wie schon jetzt mit Flüchtlingen. Aber auch dann glaube ich, dass irgendein Mal natürlich ein Lernprozess einsetzen wird, weil das, was in einem solchen Regime dann passiert, wird sicherlich die Lage nicht zum Besseren wenden. Also ich bin schon jemand, der sehr stark in zyklischen Entwicklungen denkt und um ein Gedicht von Bert Brecht zu zitieren, die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Also irgendein Mal wird es schon wieder heller. Liegt da auch die Wurzel Ihres dialektischen Denkens? Sie sagen ja, die realkapitalistische Spielanordnung trägt sozusagen die Frucht Ihres eigenen Scheiterns im eigenen Erfolg sozusagen mit. Ist das in der Lyrik begründet, das dialektische Denken des Stephan Schulmeisters? Nein, es ist ein Denken eher in Polaritäten. Das ist zwar ein Verwandter, das ist sozusagen aus der chinesischen Philosophie stärker kommend, also das Denken in Spannungsverhältnien, in Polaritäten, bei denen immer ein Pol allein gar nicht gedacht werden kann. Also eben diese Yin-Yang-Philosophie, die ich beeindruckend finde, die natürlich große Ähnlichkeiten hat mit der Dialektik. Aber der Unterschied ist, dass die Dialektik ein Denkmodell des Fortschritts ist. Das heißt, die Dialektik kennt letztlich nur die Entwicklung in eine Richtung, dass es langfristig besser werden muss, also sowohl bei Hegel als auch in der materialistischen Version. Und da bin ich mir nicht so sicher. Also ich halte einen Selbstmord der Menschheit natürlich für möglich. Also halte ich es da eher mit dem österreichischen Dichter Johann Nestor überhaupt. Hat es der Fortschritt so an sich, dass er meist größer ausschaut? Also wirklich ist, da ist schon leider Gottes auch viel dran. Jetzt haben wir eine Frage vom Wolfgang Teil, der ein bisschen technische Probleme hat. Ich frage mal, Wolfgang, kannst du uns hören? Kannst du deine Frage stellen, bitte? Ja, gerne zunächst mal ganz herzlichen Dank, Herr Schulmeister, für Ihre Arbeit. Also ich habe da unheimlich viel gelernt und finde Ihre Herangehensweise sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr sympathisch und stimme da in den meisten Dingen eigentlich auch zu. Nikolaus ist jetzt relativ schnell schon auf die historischen Aspekte eingegangen. Ich würde ganz gern noch mal auf den Kern, auf den theoretischen Kern von Ihrer Unterscheidung zwischen Real- und Finanzkapitalismus zurückkommen und mal die These aufstellen, dass der Wolfgang Stützel in seinem Gesamtwerk, das man ja eben nicht nur auf die volkswirtschaftliche Seitenmechanik reduzieren kann, die sein bekanntestes Werk ist, die aber gerade das Thema, was Sie jetzt hier behandeln, eigentlich komplett ausklammert, nämlich die Konjunkturtheorie. Die hat er schon früher entwickelt, 1953, in den Paradoxart der Geld- und Konkurrenzwirtschaft. Das ist aber ein Buch, das erst 1979 dann veröffentlicht wurde und deswegen kaum bekannt ist. Und also wir haben festgestellt bei der Beschäftigung mit Ihrem Ansatz und mit dem Ansatz vom Wolfgang Stützel, dass der Stützel im Prinzip voll kompatibel ist mit dem, was Sie sagen zu real kapitalistischer und finanzkapitalistischer Spielanordnung und in manchen Aspekten Ihre Argumentation vielleicht sogar noch präzisieren kann und noch stärker machen kann und überzeugender machen kann. Und Sie sagen ja, in der real kapitalistischen Spielanordnung können Unternehmer sinnvollerweise nur das Profite machen, indem Sie in Realvermögen investieren. Das heißt in Produktionsanlagen, indem Sie Leute einstellen, Dinge produzieren und die dann verkaufen. Einfach deshalb, weil die erwarteten Nettoerträge, die erwarteten Gewinne auf Realvermögen, produktives Realvermögen über den erwarteten Gewinnen auf Finanzvermögen, also Zinserträgen auf Finanzvermögen liegen. Und das ist also voll kompatibel mit der Sicht von Stützel, der das eben noch ein bisschen präziser auch auf eine betriebswirtschaftliche Perspektive und auf die Präzision der doppelten Buchhaltung zurückführt. Und Sie machen das ja mehr an dieser Makroperspektive fest, indem Sie da ins Verhältnis setzen, die Wachstumsrate und eben die Zinsrate. Das heißt, Sie haben da mehr so eine Makroperspektive während der Stütze. Auch diese Makroperspektive einnimmt, allerdings da jetzt nicht über die Wachstumsrate reden würde, sondern auf die sozusagen aggregierten Ertragserwartungen in Bezug auf Sachvermögen. Das heißt, er würde da auch ganz klar eine Ex-Ante-Erwartungsgröße dem Zins gegenüberstellen. Und deswegen vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, wenn Sie jetzt die Wachstumsrate da mit der Zinsrate vergleichen und dann sagen, okay, die realkapitalistische Spielanordnung ist dadurch charakterisiert, dass eben die Wachstumsrate über der Zinsrate liegt, während in der finanzkapitalistischen Spielanordnung die Zinsrate über der Wachstumsrate liegt und es deswegen eben sinnvoller erscheint, für die Unternehmer in Finanztitel zu investieren und damit eben in ein Nullsummenspiel einzusteigen. Denn auf der Netto-Geld-Vermögen-Ebene ist Kapitalismus in dem Sinn ein Nullsummenspiel, dass das aggregierte Netto-Geld-Vermögen der geschlossenen Wirtschaft natürlich per Definition immer gleich Null ist, weil die Forderungen sich da genau den Verbindlichkeiten gleichsetzen lassen und Forderungen minus Verbindlichkeiten eben immer Null ergibt. Also deswegen nochmal meine Frage, was genau meinen Sie dann da mit der Wachstumsrate? Meinen Sie da die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts? In die geht ja nicht nur Sachvermögenswachstum ein, sondern eben auch noch der Außenbeitrag, das heißt die Netto-Geld-Vermögensänderung der nationalen Volkswirtschaft, die eben eine offene Volkswirtschaft ist. Und was genau meinen Sie mit der Zinsrate? Meinen Sie damit konkret den von der jeweiligen Zentralbank vorgegebenen Hauptrefinanzierungssatz? Also nach meinen empirischen Daten macht es nicht sehr viel Unterschied. Also der sogenannte langfristige Zins, der Anleihenzins schwankt parallel mit dem Zentralbank-Satz und was die Wachstumsrate betrifft, so verwende ich die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, das ist einfach die Wachstumsrate aller Güter- und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Territorium erzeugt werden. Davon stand natürlich auch einiges aus der Exportnachfrage. Umgekehrt werden die Importe wiederum das Güter- und Leistungsvolumen erhöhen, aber nicht die Produktion. Aber vielleicht beziehen Sie sich zu sehr auf mein Buch. In diesem Buch habe ich tatsächlich nur mich mit den langfristigen Entwicklungstrends beschäftigt, also den systemischen Ursachen Realfinanzkapitalismus. Ich habe aber in anderen Studien, die ich bewusst jetzt in dieses Buch nicht hineingenommen habe, weil die für Nicht-Ökonomen ein bisschen zu kompliziert sind, die konjunkturelle Entwicklung betrachtet. Und da ist meine Grundthese die, dass der Zinssatz eine ganz schlechte Größe ist, um damit Konjunkturpolitik zu machen. Warum? Weil es einen sogenannten Zinsakzelerator gibt. Möglicherweise findet sich das bei Stützl auch. Ich kenne seine Konjunkturtheorien nicht. Bei mir ist alles immer entwickelt aus der empirischen Beobachtung. Ich bin eigentlich ein Antitheoretiker, muss ich zugeben, was einfach damit zusammenhängt, dass ich 40 Jahre lang in einem Institut für empirische Wirtschaftsforschung tätig war, wo man sich nicht allzu lang aufgehalten hat mit irgendwelchen Theorien, sondern in dem man sich halt konfrontiert hat mit den Entwicklungen, wie sie in den verschiedenen Datensystemen abbildbar sind. Und was ich jetzt entdeckt habe, das war schon vor 30 Jahren, glaube ich, die Frage, wieso gab es eigentlich 1967 in Deutschland und nur in Deutschland eine Rezession. Das war ein bisschen eine Anomalie. Und ich bin dem dann nachgegangen, rein empirisch, und beobachtete, dass eben die Deutsche Bundesbank, ich glaube Ende 1965 schon, das kann ich jetzt nicht mehr beschwören, aber jedenfalls etwa eineinhalb Jahre vorher, die Leitzinsen erhöht hatte, weil die Inflation gestiegen war. Und dann schaute ich in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und sah, hoppla, der Unternehmensektor hat jetzt eine überproportionale Steigerung seines Zinsaufwandes gehabt. Und so kam ich auf den Zinsakcelerator. Was meint der? Sagen wir, die Inflation stiege um zwei Prozentpunkte, und das würde dazu führen, ganz einfaches Rechenbeispiel, dass der Zinssatz von vier auf sechs Prozent steigt. Dann steigen die Zinszahlungen um fünfzig Prozent. Und das ist natürlich, gegeben einem Schuldenbestand der Unternehmer, der im Realkapitalismus relativ hoch ist, natürlich eine so starke Zusatzbelastung, dass die Unternehmer daraufhin einen kleineren Teil der Investitionen verschieben. Also sie sagen gar nicht, wir wollen auf die Investitionen verzichten. Und sie sagen nur, naja, im Moment haben wir doch eine unerwartete Kostenbelastung durch die Zinsen. Verschieben wir meinetwegen zehn Prozent der geplanten Investitionen auf ein späteres Jahr. Und schon haben sie eine Rezession. Und dann habe ich dieses Modell der Zinszahlungsströme halt übertragen auf Konjunkturentwicklungen seit den 70er Jahren und kam zu folgender These, dass jenes Phänomen, das in der empirischen Ökonomie als erwiesen gilt, nämlich, dass eine inverse Zinsstruktur, das bedeutet, dass der kurzfristige Zins über dem langfristigen liegt, dass eine solche inverse Zinsstruktur Rezessionen vorhersagen könne, mit ungefähr einer Vorlaufzeit von sechs Quartalen. Und ich versuchte dann zu zeigen, dass diese sogenannte prognostische Qualität der Zinsstruktur eine faktische ist und eben keine prognostische, sondern ganz banal gesprochen, die Notenbanken versuchen, die Inflation mit einer Zinssteigerung zu bekämpfen und generieren damit eine Kettenreaktion zusätzlicher Zinszahlungen, die dann wiederum mit einer gewissen Verzögerung zu einer Investitionsdämpfung, damit zu einem Konjunktureinbruch führt. Das ist sozusagen der kurzfristige Aspekt. Das hat mit dem Verhältnis Zinssatz-Wachstumsrate eigentlich nichts zu tun, weil die Zinssatz-Wachstumsrate-Problematik bezieht sich auf den langfristigen Trend und in dem Zusammenhang eben auf die Unterschiede in der finanz- und realkapitalistischen Spielanordnung. Und ich konnte dann, ich habe eigentlich mit Theorie mich überwiegend erst beschäftigt nach meiner Pensionierung, aber diesen Aspekt hatte ich schon früher angedeutet gefunden im, glaube ich, letzten Kapitel der Allgemeinen Theorie von Keynes, wo Keynes eben in die Richtung argumentiert, lasst die Finger weg vom Zinssatz als einer Variablen der Wirtschaftspolitik. Der Zinss ist sozusagen eine Rahmenbedingung für unternehmerische Kalkulation, sollte langfristig gegen Null sinken, laut Keynes, weil eben er vorhergesehen hat, dass langfristig die Nachfragedynamik schwächer würde, aus einer Reihe von Gründen, erstens, weil die Ausstattung mit Konsumgütern schon sehr gut ist, wenn die Wirtschaft lange Zeit stabil gewachsen ist und zweitens, weil eben die Einkommensverteilung sehr ungleich ist und die Reichen sozusagen in ihren Konsummöglichkeiten, weil sie schon so viel haben, beschränkt sind. Und diesen Gedanken fand ich dann in der Empirie bestätigt und bin nach wie vor der Meinung, dass das, was zum Beispiel in Europa in den letzten zehn Jahren passiert ist, dass man versucht hat, Konjunkturpolitik zu machen mit dem Zinssatz, statt, wie es der Herr Keynes empfohlen hatte, mit der Fiskalpolitik, mit Staatsausgaben, Staatseinnahmen, in das Schlamassel der Gegenwart geführt hat, weil die Nullzinspolitik war zwar unvermeidlich angesichts der katastrophalen Situation 2012, der Arus stand ja vor dem Auseinanderbrechen, Trage hatte gar keine andere Möglichkeit, aber er hatte sozusagen Kollateralschäden produziert in Gestalt eines, oder mit Einfluss, sagen wir so, in Gestalt eines neuerlichen Aktienbooms und eines Anleihenbooms. Und wenn diese beiden Vermögenswerte wieder fallen sollten, was ich glaube, dann werden wir die nächste Finanzkrise erleben. Ich würde hier gleich eine Frage anschließen. Was wäre dann Ihr Vorschlag, wie man zum Beispiel Inflation in den letzten Jahren dann begegnen soll, wenn nicht mit einer Zinsänderung? Ja, mein einziger Vorteil, als denke, jetzt muss ich selber lachen, ist, dass ich so konkret denke. Das heißt, die Vorstellung, man könne den Preisauftrieb durch Kostensteigerungen bekämpfen, ist ja eigentlich grotesk. Ja, niemand würde auf die Idee kommen, die Inflation durch Lohnkostensteigerungen zu erhöhen. Aber, wie schon gesagt, führt ja der Zinsaccelerator zu einer überproportionalen Kostensteigerung für die Unternehmen. Und es ist sozusagen ein Erbe des bis zur Unkenntlichkeit trivialisierten Keynes, also sozusagen dessen, was man leider aus der Theorie von Keynes gemacht hat, dass schon seit den 50er Jahren diese Vorstellung dominant wurde, man könne mit Zinssteigerungen die Inflation bekämpfen. Der Treppenwitz ist, ich argumentiere hier angebotstheoretisch, ich sage es sozusagen, der Zinssatz ist ein Kostenfaktor und verschlechtert die Angebotsbedingungen, wenn ich ihn deutlich erhöhe, wegen dieses Accelerator-Effektes, während die traditionelle Lehre der Trivial-Keynesianer lautete aufgrund dieses ISLM-Modells, also um es für Zuhörer leichter zu erklären, der Vorstellung, dass das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht eben durch die beiden Teilgleichgewichte am Gütermarkt und am Geldmarkt aus diesen beiden Gleichgewichten das Gesamtgleichgewicht resultiert. Innerhalb dieses Modellkontextes erscheint eine Zinssteigerung möglich, weil dadurch die IS-Kurve, also die Nachfrage nach Investitionen letztlich zurückgeht und da in diesem Modell, aber die Inflation letztlich abhängt von der Gesamtnachfrage, kommt man zu dem Fehlschluss, aus meiner Sicht, dass man durch Zinserhöhungen die Inflation sinnvoll bekämpfen kann. Durch Zinserhöhungen bekämpft man die gesamte Wirtschaft und wenn das nachhaltig gemacht wird, wie 1980, 1981, dann geht auch die Inflation zurück, aber es ist sozusagen eine Holzhammer-Methode, während eine gezielte Inflationsbekämpfung müsste Inflation als Ergebnis eines Verteilungskampfes interpretieren und das ist ganz deutlich, wenn man die späten 60er, frühen 70er Jahre betrachtet, Damals sind eben die Gewerkschaften sehr stark in die Offensive gegangen, haben immer wieder versucht und zum Teil ist es ihnen auch gelungen, Lohnsteigerungen über der Produktivitätssteigerung der Arbeitskräfte durchzusetzen und die Unternehmer haben ihrerseits nach Möglichkeit eben dann bei den Preisen sich das wieder zurückgeholt. Also Verteilungspolitik scheint mir als Österreicher, wo das ja auch sehr erfolgreich betrieben wurde, die adäquate Reaktion, denn wenn man das über die Verteilungseite macht, dann würde man sofort verstehen, liebe Leute, wenn die Inflation sich beschleunigt als Folge zum Beispiel eines Erdölpreisschocks, dann ist das ja eine Preissteigerung, die den Ölscheichs zugutekommt, meinetwegen auch den multinationalen Ölgesellschaften, jedenfalls Akteuren außerhalb des eigenen Systems und diese Preissteigerung darf nicht abgegolten werden, wenn ich sozusagen die Inflation bekämpfen möchte. Aber diese eigentlich sehr konkreten und pragmatischen Überlegungen hat man zumindest nach dem ersten Ölpreisschock nicht angestellt. Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung vom Wolfgang Teil, weil der Wolfgang Stützel, nämlich mit seiner Konjunkturtheorie, die unter anderem hier in der Volkswirtschaftslehre beschrieben ist, das Buch hier ist von 84, kommt dann 88 nochmal in die zweite Version, der durch präzise Unterscheidungen, Einnahme, Ausgabe, Einzahlung, Auszahlung, hier ein theoretisches Rahmenwerk entwickelt, in dem man dann auch mit der Unterscheidung Käufermarkt, Verkäufermarkt, in dem man sozusagen dieses Denken, was da vielleicht passiert ist in den 70er Jahren, welche Machtverschiebungen, Sie haben das jetzt eben beschrieben, dieses Spannungsverhältnis der Gewerkschaften, welche Position die hatten, eine Position, die sie heute nicht mehr haben, und dieses Wechselspiel fasst der Stützel mit einem theoretischen Rahmen. Da würde ich den Wolfgang bitten, dazu seine Frage zu stellen. Ja, danke, Nikolaus. Ja, ich will es vielleicht in zwei Punkte aufteilen und erst nochmal auf den letzten Punkt eingehen, Herr Schulmeister, den Sie gemacht haben mit der Lohnpolitik in den 70er Jahren und mit den Lohnforderungen der Gewerkschaften. Da finde ich an Ihrer Theorie wieder sehr schlüssig und sehr, sehr überzeugend und sehr einleuchtend, dass Sie ja sagen, in gewissem Sinn scheitert der Realkapitalismus in dieser Situation eben auch deswegen an sich selbst, weil die Gewerkschaften durch diese lange Situation der Vollbeschäftigung ab etwa Mitte der 60er Jahre oder zumindest grob ab Mitte der 60er Jahre eben in eine Machtposition reingeraten sind, die sich eben auch in einer politischen Dominanz geäußert haben. Mit Stützel könnte man das vielleicht auch noch so beschreiben, dass bei Vollbeschäftigung die Arbeitsmärkte ja dazu tendieren, an Verkäufermärkte zu sein. Das heißt, die Verkäuferseite, also die Arbeitnehmerseite, hat sozusagen eine gewisse Verhandlungsmacht über die Käuferseite, also die Arbeitnehmerseite. Und Sie sagen ja auch, die Gewerkschaften waren dann eben ab etwa Mitte der 60er Jahre sehr stark, haben auch politisch dominiert. Es gab SPD-Regierungen, die Soziologen haben damals schon über den Gewerkschaftsstaat geredet und so weiter und so fort. Und in so einer Situation, wenn die Gewerkschaften eben auch politische Macht haben, ist es wahrscheinlich ja wesentlich schwieriger, eine restriktive Lohnpolitik irgendwie durchzusetzen. Und insofern finde ich das auch recht schlüssig, dass Sie sagen, der Realkapitalismus scheitert da in gewissem Sinn an sich selbst, genau wie der Finanzkapitalismus dann wieder an sich selbst scheitern muss und das Ganze so eine langfristige zyklische Entwicklung ergibt. Also das wäre mein erster Punkt. Da würde ich sagen, sind Ihre Argumente sehr überzeugend. Über die Ölkrisen müssen wir vielleicht gesondert nochmal sprechen. Das möchte ich aber erstmal ausklammern. Ich denke aber schon, dass das alles kompatibel ist, auch mit den Argumenten von Wolfgang Stützel. Und da möchte ich dann auch meinen zweiten Punkt anschließen, weil ich denke, dass ich aus der Sicht von dem Modell, was der Wolfgang Stützel entwickelt, sich auch die Frage recht schlüssig beantworten lässt, warum man durch Zinssteigerungen eben auch Inflation dämpfen kann oder bekämpfen kann. Und ich glaube sogar, dass der Wolfgang Stützel da auf eine Art und Weise argumentiert, die wiederum kompatibel ist mit ihrem generellen Modell Realkapitalismus und Finanzkapitalismus und das vielleicht sogar noch präzisieren kann. Und zwar würde der Stützel da, glaube ich, folgendermaßen argumentieren. Wenn die Zentralbank also den Leitzins erhöht, sagen sie, okay, ergeben sich höhere Zinskosten für die Unternehmen. Das ist ja richtig. Gleichzeitig ergeben sich dadurch natürlich auch höhere Ertragserwartungen auf Finanzvermögen, sodass es für die Unternehmen in der Situation dann eben sinnvoller wird, Netto-Geldvermögen, also diesen Saldo-Netto-Geldvermögen, der sich eben zusammensetzt aus den Zahlungsmitteln plus den sonstigen Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten abzubauen, Entschuldigung, aufzubauen, weil das Finanzvermögen ja höhere Erträge verspricht, als das Sachsituation und Sachvermögen und Sachvermögen tendenziell eher abzubauen oder eben nicht weiter aufzubauen. Das kann man aber jetzt nur natürlich dadurch erreichen, also Netto-Geldvermögen kann ein Unternehmen nur dadurch aufbauen, dass es eine positive Leistungsbilanz anstrebt. Das heißt, mehr an Gütern und Dienstleistungen verkauft, als es selbst kauft. Wenn das jetzt aber alle Unternehmen machen im Aggregat, dann entsteht natürlich eine Situation, in der das Gesamtangebot an Gütern und Dienstleistungen im Aggregat größer ist, als die Gesamtnachfrage danach. Und das erzeugt natürlich diesen Preisdruck nach unten, den man durch die Zinssteigerung ja erzielen möchte. Also ich denke, das ist eine sehr einfache, einleuchtende und schlüssige Argumentation, die der Stützel da macht. Und das würde, denke ich, auch im Großen und Ganzen zu Ihrem Modell sehr gut passen. Glaube ich eher nicht. Aber ich habe vielleicht nicht jedem einzelnen Schritt jetzt folgen können. Intuitiv hat für mich eine Zinssteigerung doch zwei Effekte. Das eine ist die Kostensteigerung für die Unternehmer und die Tatsache, dass sie daher ihre Investitionen zurückfahren. Dann führt es in vielen Fällen in eine Rezession. Dass in der Rezession dann die Inflation sinkt, das ist von mir völlig unbestritten. Aber es gibt eben eine klügere Form, die Inflation zu senken, als die Gesamtwirtschaft leicht schrumpfen zu lassen. Das Grundproblem, das ich habe, ist, während die Monetaristen, Stützel ist natürlich kein Monetarist, aber die Monetaristen waren sehr einflussreich, immer wieder betont haben, Inflation ist ihrem Wesen nach ein monetäres Phänomen, würde ich die Gegenthese sagen. Inflation ist immer ein Mangel an Güterangebot. Und die beste Inflationsbekämpfung ist, das Güterangebot auszuweiten, auf das das Ungleichgewicht zwischen monetären Nachfrage und realem Angebot kleiner werde. Das kann aber nicht gelingen, wenn eine wichtige Größe für die unternehmerische Bereitschaft, real zu investieren und die Produktionskapazitäten auszuweiten, eben der Zinssatz erhöht wird. Also wir können es ja jetzt einmal so stehen lassen, weil es jetzt in dem Gespräch vielleicht wichtiger ist, dass ich quasi die Grundlinien meines Denkens für Zuhörer deutlich mache und nicht zu sehr mich in Details jetzt verliere, die ich zum Teil nicht kenne, weil ich, wie gesagt, diese von Ihnen erwähnte Arbeit von Stützel über die Konjunkturanalyse gar nicht kenne. Aber zu einem zweiten Punkt bin ich sehr skeptisch. Das betrifft den Begriff des Arbeitsmarktes. Ökonomen neigen dazu, ihr Instrumentarium in dem Fall, das Denken im Marktdiagramm, Angebot, Nachfrage, Gleichgewichtspreis etc. auf alle Bereiche der Ökonomie zu übertragen. Und ich behaupte, dass es Arbeitsmärkte gar nicht gibt. Das ist ein Irrtum. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Markttheorie Homogenität voraussetzt. Also ich kann meinetwegen mit Nachsicht davon sprechen, der Arbeitsmarkt für Lebensmitteltechniker im Raum Wien, wenn ich davon ausgehe, dass Lebensmitteltechniker einigermaßen ein gleiches Qualifikationsprofil haben, also einen gewissen Homogenitätsgrad. Aber vom deutschen Arbeitsmarkt zu reden, ist vollkommen grotesk, weil ich da ja zusammen mixe, Bauingenieure, Maurer, Rechtsanwälte oder Rechtsanwältsanwärter und Informatiker, was weiß ich. Das wäre, wenn man das in der Güterwelt geht, da würde jeder sagen, das ist ja vollkommen unzulässig. Aber bei dem Arbeitsmarkt ist es wirklich eingerissen. Ich will dich jetzt nicht Stützel beschuldigen, weil ich, wie gesagt, diese Arbeit nicht kenne. Aber ich persönlich glaube, dass auch Keynes hier zu wenig weit gegangen ist. Keynes ist einen Schritt in die Richtung gegangen, zu sagen, eigentlich können wir ja durch die Löhne gar nicht die Arbeitsnachfrage erklären. Aber seine Argumentation ist dann ziemlich weich, weil sie nur auf die effektive Nachfrage abstellt. Ich würde da viel brutaler die neoklassische Theorie beim Wort nehmen. Und in der Neoklassik ist ganz klar definiert, ein Markt ist nur etwas, wo Nachfrage und Angebot nach einem homogenen, im Idealfall identen Produkt, aufeinandertreffen. Und der einzige Markt, der diesem Kriterium einigermaßen entspricht, ist paradoxerweise der Finanzmarkt, weil eine Mercedes-Aktie ist eine Mercedes-Aktie. Das ist homogen. Aber schon ein Mittelklasse-Auto ist eigentlich nicht homogen, weil ein VW, meinetwegen Golf, und ein Renault Megane, sind keine im strikten Sinn homogene Güter. Wenn man das bis zu Ende denkt, dann kommen wir zu dem grotesken Ergebnis, dass es nur monopolistische Märkte gibt. Weil homogen, ich kann sagen, ein VW Golf mit gleicher Leistung etc. ist gleich wie ein anderer VW Golf, aber dann ist es ein Markt, wo es eben nur einen Anbieter gibt. Aber das wieder führt jetzt ein bisschen weit in ein bisschen theoretische Gefilde. Aber beim Arbeitsmarkt finde ich es wirklich ideologisch bedenklich, wenn man hat das Marktdiagramm auf den Arbeitsmarkt ganz einfach deshalb übertragen, wenn man die Schlussfolgerungen dann ziehen kann, nämlich zu sagen, Arbeitslosigkeit ist im Wesentlichen eine Folge eines Preises, also eines Lohnniveaus, das über dem Gleichgewichtspreis liegt. Das ist der Grund, warum man unbedingt von Arbeitsmärkten spricht und eigentlich das Fundament der eigenen Gleichgewichtstheorie beiseite schiebt. Herr Schulmester, Sie hätten mit der Dissertation von Wolfgang Stützel, die 1952 schon kommt, Preis, Wert und Macht heißt die, ist dieses blaue Buch hier auf dem Tisch, da hätten Sie sicher Ihren Spaß dran, weil der Wolfgang Stützel da auch sehr kompatibel mit dem, was Sie gerade sagen, sozusagen die Grenzen dieses Angebots- und Nachfragedenkens mit stetigen Angebots- und Nachfragekurven aufzeigt. Nichts sagt, dass das komplett falsch ist, sondern es eben einsortiert, unter welchen Bedingungen genau dieses theoretische Modell funktioniert und da würde sich wahrscheinlich das gut integrieren lassen, dass es in Wahrheit nur monopolistische Märkte gibt, das wäre sicher spannend. Die ist leider sehr unbekannt, die Dissertation, die ist nämlich erst 1972 dann veröffentlicht worden unter dem Titel Preis, Wert und Macht. Die Dissertation von 52 heißt noch anders, aber ich möchte ganz kurz dem Wolfgang noch die Möglichkeit geben, einmal zu reagieren und dann, ja, dann gehen wir weiter. Wolfgang, bitte. Ja, danke, Nikolas. Ja, Herr Schulmeister, also das ging jetzt auch ein bisschen schnell, dass ich da die stützlische Argumentation versucht habe zusammenzufassen und ich denke schon, dass das auf die Schnelle jetzt nicht hundertprozentig gleich nachvollziehbar war. Ich habe da auch länger gebraucht, um das nachvollziehen zu können. Interessant finde ich aber doch schon, dass, Sie haben ja auch gesagt, Sie würden den Wolfgang Stützer jetzt nicht in die monetaristische Ecke schieben. Bekannt ist aber ja doch, dass er eben gerade in dieser Situation der 70er Jahre nicht das gemacht hat, was die meisten Keynesianer gemacht haben, sondern dass er in dieser Situation auch das Lambsdorff-Papier unterstützt hat. Und da gibt es eben doch sagen wir mal so Reibungspunkte zwischen ich sage jetzt mal Standard-Keynesianern und dem, was der Wolfgang Stützel gemacht hat. Denn der Wolfgang Stützel hat die Keynesche Theorie ganz klar als einen völlig eindeutigen Fortschritt bezeichnet. Und insofern wird er auch von Keynesianern ganz gern in Beschlag genommen mit den Teilen seines Werks, mit denen, die da eine Kompatibilität sehen. Aber die Intention von ihm ging eigentlich weiter. Er hat ganz explizit das Ziel formuliert, dass er diesen Streit zwischen den Keynesianern und den Anti-Keynesianern eigentlich überflüssig machen wollte, auflösen wollte durch präzise Begriffsarbeit, indem er jeweils genau zeigt, in welchen spezifischen Situationen sich sozusagen die eine Sichtweise anwenden lässt und in welchen Situationen er die andere sich anwenden lässt. Und das Ganze ist dann Teil seiner Konjunkturtheorie, die Sie eben, wie Sie ja sagen, nicht kennen und wahrscheinlich auch deshalb nicht kennen, weil Sie nur vertraut sind mit der volkswirtschaftlichen Seilenmechanik, also seinem, was als sein Hauptwerk gilt, was 1958 schon publiziert wurde. Und seine Konjunkturtheorie, die hat er schon früh entwickelt, 1953, aber wie gesagt, die wurde erst 1979 dann publiziert und sehr schön zusammengefasst hat er die erst dann 1983 nochmal in seinem Einführungswerk in die VWL. Und damit will ich nur sagen, dass für uns das sehr interessant und überzeugend war, dass der Wolfgang Stützel da eben versucht hat, einen generellen Rahmen zu entwickeln, also eine General Theory, ganz ähnlich von der Intention her wie Keynes mit der General Theory von 1936, wo er ja im Vorwort auch schreibt, sein Ziel ist es eben, eine allgemeine Theorie zu entwickeln, die die klassische Theorie, worunter er ja dann eben die Neoklassik und die Klassik von Smith bis Marx versteht, als Spezialfälle integrierbar sind. Und wir glauben eben nach Beschäftigung mit Wolfgang Stützel über die letzten etwa vier Jahre hinweg, dass der Stützel tatsächlich dieses Ziel erreicht hat und ganz speziell auch diese Ausklammerung des Geldes oder diese Neutralität des Geldes in der Neoklassik auf eine ganz einfache und überzeugende Art und Weise als einen Sonderfall innerhalb von seinem Modell aufgezeigt hat, die das wiederum sozusagen dann erklärbar macht innerhalb von seiner General Theorie. Und deswegen denken wir auch, das könnte für Sie sehr interessant sein, sich vielleicht mit der Stützlischen Konjunkturtheorie auch nochmal zu beschäftigen. Einerseits natürlich um Ihr Modell zu präzisieren und das stärker zu machen, denn wir glauben, das kann man dadurch noch überzeugungskräftiger auch machen, aber vielleicht nicht für alle Situationen und da ergeben sich dann vielleicht auch ein paar Reibungspunkte. Aber trotzdem wollen wir das Ihnen sehr ans Herz legen, wenn Sie da mal reinschauen wollen, sich vor allem die Konjunkturtheorie mal ein bisschen genauer anzuschauen beim Stützel, weil sich das, wie wir glauben, unheimlich lohnt und weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Diskussionsbeitrag ist, um diese ganze Diskussion für diese ganze Diskussion um eine neue Wirtschaftstheorie. Denn das wir die brauchen, da gibt es ja einen sehr breiten Konsens, sicherlich innerhalb der Heterodoxie, der sich aber noch ein bisschen verbreitet hat nach der Finanzkrise und Sie sagen ja auch, dass so eine Krisensituation eben eine Situation ist, in der Raum entsteht für solches Umdenken und für solche Paradigmenwechsel und wir glauben eben, dass der Wolfgang Stützel da einen ganz wichtigen Beitrag schon sehr früh geleistet hat, der dann aber nicht rezipiert wurde und den wir eben ganz gerne wieder stärker auch in die öffentliche Diskussion einbringen wollen, weil aus unserer Sicht da sehr viele Klärungen drinstecken und das sehen jetzt mittlerweile ja auch einige jüngere Nachwuchswissenschaftler, wie der Johannes Schmidt aus Karlsruhe oder der Fabian Lindner aus Düsseldorf so, die wir auch schon zu Gast hatten und mit denen wir da auch zusammenarbeiten. Sicher, danke für die Anregung, also ich schaue mir das sehr gerne an, nur ich bin sehr skeptisch, ob die Suche nach einer allumfassenden ökonomischen Theorie ein sinnvolles Unterfangen ist. Mir scheint es so, dass der Gegenstand der Ökonomie so unglaublich vielfältig ist, dass ein wirklich guter Ökonom eben gleichzeitig sein muss, ein hervorragender Psychologe, ein Soziologe, ein Sozialpsychologe, ein Politologe, im Grunde auch ein Technologe, ja, das geht, glaube ich, nicht. Das ist fast ein wörtliches Zitat von Wolfgang Stützel übrigens, was Sie gerade gesagt haben, das sah er nämlich ganz genauso. Gut, wunderbar, aber dann, dann soll man doch lieber einen, ich verwende sehr gern die Metapher, eine Theorie ist sowas wie eine Brille, das heißt, mit jeder Theorie sehe ich nur das, worauf der Schlief der Brille den Blick fokussiert, es macht doch gar nichts, wenn man für die Erklärung ökonomischer Phänomene unterschiedliche Brillen verwendet, ohne sich darüber zu bekümmern, dass diese Brillen einander in manchen Punkten widersprechen, weil sie eben den Fokus woanders hinsetzen, also in der Physik ist es eindeutig, dass mittlerweile die fortgeschrittensten Denker sagen, für gewisse Phänomene ist die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein relevanter für die kontinuierlichen Prozesse, aber gleichzeitig haben wir andere Phänomene, die wir mit der Quantenmechanik besser erklären können und beide Theorien widersprechen einander im Grunde, aber das macht nichts, weil wir setzen einmal die und einmal jene auf und so ähnlich stelle ich mir die wirtschaftswissenschaftliche Entwicklung in 100 Jahren vor, dass man viel stärker interdisziplinär arbeitet, dass die Ökonomen wirklich ernsthaft anfangen und die Verhaltensökonomen sind am Beginn dieses Prozesses wirklich sich ernsthaft mit den Forschungen anderer besonders sozialwissenschaftlicher Gebiete, aber auch der Psychologie, Psychiatrie beschäftigen und nicht unbedingt das Ziel haben, quasi nach der ökonomischen Weltformel, auch die Physiker sind bei dem bislang gescheitert und obwohl es eine große Sehnsucht ist, aber ich habe das Gefühl, in der Physik ist es noch irgendwie denkbar, aber bei der Vielschichtigkeit ökonomischer Phänomene bin ich eher skeptisch und das führt mich auch in diese Richtung, dass zum Beispiel das, was irgendwo das Selbstverständlichste zu sein scheint, zumindest wenigstens in Grundzügen, was Geld ist, wirklich nicht so eindeutig ist. Also nur ein kleines Gedankenexperiment, ich hätte ein Wertpapier-Depot und in dem Wertpapier-Depot liegen Aktien und Anleihen und ich möchte mir ein neues Auto kaufen und ich kann das de facto mit Aktien tun, indem ich sie online in paar Sekunden in Girard-Geld verwandle und damit das Auto bezahle, aber niemand würde sagen, Aktien sind Geld. Was ich mit diesem kleinen Beispiel meine ist, dass in meiner Denkwelt Geld als definierbare Menge überhaupt nicht existiert, das ist eine Illusion, sondern jedes Finanzkapital, also jedes Financial Asset, das zu jeder Sekunde einen klar definierten Preis hat, das gilt daher nicht für ein Einfamilienhaus, aber sehr wohl für eine Mercedes-Aktie oder für eine deutsche Staatsanleihe, ist Potenzial Geld, aber noch einmal Potenzial Geld, das heißt, ich kann es, ich mache es zu Geld für einen Bruch der Sekunde, indem ich es als Transaktionsmittel verwende und dann ruht es wieder als Finanzkapital auf dem Konto oder im Depot von jemand anderen. Das ist jetzt keine wahre Theorie, weil ich gehe ja immer davon aus, dass es gar keine wahren Theorien gibt, sondern Theorien sozusagen können eine gewisse Nützlichkeit entfalten, weil sie Phänomene erfassen können, die in einer gewissen historischen Situation von Bedeutung sind. Also dieser seltsame Geldbegriff von mir, alle Financial Assets sind Potenzial Geld, zerstört natürlich vollständig die Quantitätstheorie des Geldes, weil es dann ja eben gar keine definierbare Geldmenge gibt, sondern nur ein Potenzial Geld, aber ob ich es als Geld verwende, das spielt dann psychologische Faktoren eine Rolle und was weiß ich alles. Jetzt sage ich überhaupt nicht, dass das eine wahre Theorie ist, aber es kann vielleicht für gewisse Phänomene von Nutzen sein, diese Brille aufzusetzen und dieses Beispiel möge skizzieren, warum ich so skeptisch bin, was die Suche nach einer umfassenden versöhnenden, also sozusagen Keynesianer mit Neoklassikern versöhnenden Wirtschaftstheorie bin, aber wie gesagt, mich stört das ja auch gar nicht. Ich glaube auch, dass der Anspruch des Herrn Keynes eine allgemeine Theorie zu verfolgen vollkommen überhöht war. Ich weiß bis heute nicht, ob er das wirklich geglaubt hat oder ob er nur einen Marketing Schmäh machen wollte, weil er in der Weltwirtschaftskrise zu Recht vermuten konnte, wenn ich jetzt auftrete und sage, ich habe die allgemeine Theorie gefunden, dann wird mir sehr viel Aufmerksamkeit zuteil werden. Aber allgemeine Wirtschaftstheorien kann es gar nicht geben. Und ein letzter Gedanke, der wieder vom Keynes eigentlich stammt, ich finde ja, dass Ökonomie eigentlich wirklich viel Ähnlichkeiten mit der Medizin hat. Und daher die Frage überhaupt ist, ob die Tätigkeit des Ökonomen wirklich eine wissenschaftliche sein kann. Also wenn ich zu einem Zahnarzt gehe, möchte ich auf keinen Fall, dass er mir wissenschaftlich begegnet, sondern er soll mir begegnen als jemand, der evolutionär, in kleinen Schritten mal den Zahn ein bisschen repariert an jenen dort, eine Krone raufsetzt, während sozusagen der Wissenschaftler würde an mein Gebiss herantreten mit der Frage, wie mache ich jetzt daraus das idealtypische Gebiss, um es sozusagen jetzt in dieses ein bisschen ins Absurd-Sarkastische zu wenden und es gibt ja dieses Zitat bei Keynes, er wünscht sich die Ärzte, die Ökonomen wie ein Zahnarzt, also quasi das Bewusstsein des Nichtwissens haben oder des sehr unzureichenden Wissens die Nebenwirkungen bedenken, im Zweifelsfall immer sich bewusst sein, dass man über die Nebenwirkungen kein exaktes Wissen hat, dass man daher sozusagen in seinen Empfehlungen und therapeutischen Dosierungen lieber vorsichtig als radikal sein sollte, es sind vernünftige Haltungen hätte, dass die Politik in Bezug auf Griechenland und die südeuropäischen Länder gehabt, dann hätten man diesen Ländern nicht so viel Unglück zugefügt, aber es setzt natürlich auch eine Bescheidenheit voraus, dass man weiß, eigentlich weiß man ziemlich wenig. Aber ich sehe das schon ein bisschen anders, weil meine Meinung ist es gerade, wenn verschiedene Schulen, verschiedene ökonomische Denkschulen, verschiedene Theorien, wenn die sich gegenüberstehen und um die Deutungshoheit kämpfen, dann denke ich, ist der einzige, für mich der einzige Ausweg, dass man versucht, die Vogelperspektive einzunehmen und das ist halt dann so was wie eine allgemeine Theorie, weil ansonsten ist es einfach nur ein Machtkampf, wer die meisten der Ressourcen und Meinungsbildungsmöglichkeiten hat. So, wessen Brille wird jetzt gerade aufgesetzt? Im Kampf der Brillen gibt es keine eindeutig optimale Strategie. Also zum Beispiel meine persönliche ist auf der einen Seite extrem mikroökonomisch, dass ich sage, wo kann ich durch klare empirische Evidenz eine fundamentale Annahme der herrschenden Theorie zerstören? Das ist für mich der Trading Room. Deswegen bin ich vor 30 Jahren im Trading umgegangen und mache Feldforschung. Weil da habe ich die Chance zu zeigen, wie funktionieren die Algorithmen der technischen Spekulationssysteme, welche Entscheidungsprozesse liegen jetzt einem Trader zugrunde, der schließlich dazu führt, dass er eine Apple-Aktie kauft oder verkauft. Und was ich dann zeigen kann, ist, dass die Preisdynamik selbst den Grund Annahmen der Effizienzmarkt Theorie fundamental widerspricht. Aber auch ganz einfache alltägliche Verhaltensweisen zum Beispiel bildet ein Trader auf den Finanzmärkten in aller Regel überhaupt nur Richtungserwartungen. Das heißt, er sieht eine Information kommt, die Kurse steigen, zack, er springt rauf, weil er sagt aus bestimmten Gründen, auch weil es eine Algorithmen nimmt, die sagen, werden die Kurse eher steigen. Aber kein Trader auf der Welt oder fast keiner würde, wenn jetzt zum Beispiel Apple völlig überraschend in einer Pressekonferenz den neuen Apple-Fernseher vorstellt, die Arroganz haben zu sagen, aufgrund dieser neuen Information ist der wahre Apple-Aktienkurs, also der Fundamentalwert 27,93, das ist grotesk, sondern der Sondern der sagt man, hoppla, Apple-Fernseher, das wird die Kurse eher nach oben treiben, also Richtungserwartung, wohin der Kurs geht, werden wir schon sehen, ich öffne eine Long Position, also ich spekuliere auf eine Kurssteigerung und das ist die Realität und natürlich kollabiert die gesamte Gleichgewichtstheorie sofort, wenn die Akteure nur Richtungserwartungen bilden, weil es keinen Anker mehr gibt, deswegen hat man eine Theorie der rationalen Erwartungen gebraucht, damit man dem System einen Anker verpasst, also hier bin ich ganz extrem mikroökonomisch, aber zum Beispiel sicher meine Gedanken über Realfinanzkapitalismus erhoffen, dass nach der nächsten Finanzkrise hier ein allgemeiner, sehr, sehr allgemeiner Rahmen mehr Aufmerksamkeit bekommt, in dem die Entwicklung der letzten Jahrzehnte eben besser reinpassen als in den kinsianischen Rahmen, aber natürlich noch viel besser in den neoklassischen Rahmen, nur würde ich nicht den Anspruch haben, das ist jetzt sozusagen, dass ich strebe nach der wahren allumfassenden Theorie, sondern ich würde gerne an einer Theorie arbeiten, die für eine gewisse Zeit, eine gewisse Nützlichkeit entfaltet, im Wissen, also genau wie Sie sagen, im Krieg meinetwegen der Weltanschauung, haben, das wäre schön, weil sie dann zu etwas bescheideneren Maßnahmen der Wirtschaftspolitik beitragen würde, aber das ist viel weniger als der Anspruch nach der General Theorie. Jetzt mehrere Aspekte, einmal gibt es eine Wortmeldung noch von Wolfgang, ich wollte Sie nur kurz hinweisen auf die Arbeiten von Perry Mehrling, der auch sehr mikroökonomisch sich die Marktmikrostruktur anschaut und dann im Prinzip gibt es ein Zitat von ihm es gibt Ineffizienzen sagt er in den tiefsten liquidesten Märkten der Welt das sind die Foreign Exchange Märkte und er sagt diese Ineffizienzen sind nicht etwa Ineffizienzen sondern es ist ein falscher Rahmen es ist das Wesen dieses Marktes nämlich dass es Dealermärkte sind Händlermärkte also vorhin haben Sie gesagt es braucht einen Preis für die Aktie ich würde sagen es braucht immer einen Käufer für die Aktie wenn ich die schnell verkaufen will und zu Zahlungsmitteln machen will dann bräuchte man Käufer und diese Käufer und Verkäufer zugleich sind die Händler die großen Money Deavers die aus den Foreign Exchange Märkten sozusagen die Preise stellen immer Bid und Ask Spread dann sozusagen anbieten und Merling sagt der Grund warum es überhaupt diese Händler gibt in diesem Markt ist weil diese Märkte fundamental ineffizient sind und dann sagt er wenn es Ineffizienzen in diesen Märkten gibt dann gibt es sie überall und er zerreißt sozusagen auch mikroökonomisch diese ganze wunderbare Gleichgewichtstheorie das ist nur nur der eine Hinweis kennen sie die Arbeit von Merling gefällt mir sofort und und das zweite ist wir könnten jetzt natürlich geldtheoretisch einsteigen und auch wissenschaftstheoretisch so wie ich das vernommen habe und vielleicht gebe ich da nochmal dem Wolfgang kurz die Chance ein Statement bezüglich Wissenschaftstheorie und gegebenenfalls Kuhn auch zu machen Wolfgang bitte ja danke Nikolas ja Herr Schulmeister also dem meisten was Sie da gesagt haben könnten wir zustimmen könnte wahrscheinlich auch der Wolfgang Stützel zustimmen ich wollte nur nochmal auf zwei Punkte zurückkommen einmal den Punkt mit den Finanztiteln die Sie ja auch als hoch liquide Vermögenswerte einstufen und dann auf die wissenschaftstheoretischen Aspekte ob man in den Wirtschaftswissenschaften oder in welcher Form man überhaupt über eine General Theory da nachdenken kann und wo da auch die Grenzen sind vielleicht zum ersten Punkt ich glaube auch in dem Punkt dass Sie sagen man kann eigentlich überhaupt keine Geldmenge sinnvoll irgendwie abgrenzen weil es eben sehr viele geldnahe Finanzaktiver gibt die man sehr schnell in Geld also in Zentralbank Geld umwandeln kann auch da ist der Wolfgang Stützel glaube ich voll kompatibel mit Ihnen der macht ziemlich genau denselben Punkt und den macht er sogar auch in der volkswirtschaftlichen Seidenmechanik die Sie ja kennen so um die Seite 65 rum im zweiten Kapitel unter der Überschrift was sind Zahlungsmittel das sagt er auch ganz klar das kann man nicht abgrenzen das hängt von der jeweiligen Situation ab und vielleicht nur als einen Punkt dazu noch wenn Sie sagen es gibt viele sehr geldnahe finanzaktiver ist das natürlich auch von von der Konjunktursituation jeweils abhängig in der Finanzkrise werden diese Titel natürlich plötzlich viel weniger liquide und alle wollen dann nur noch Zentralbankgeld und das dann haben wir das Phänomen des Bankruns das heißt da ändert sich dann die Abgrenzung dessen was als letztendlich liquides Finanzaktivum betrachtet wird von den Finanzmarktakteuren ganz schnell radikal einfach nur auf der Basis der Änderung der Erwartungen und das ist also vollkompatibel alles integriert auch bei Stützel ihm war das völlig klar er war ja auch Bankpraktiker hat bei der Berliner Bank gearbeitet war auch bei der Bundesbank für eine gewisse Zeit tätig und kommt übrigens auch aus einer Unternehmerfamilie sein Vater hatte eine Tonwarenfabrik und er hat also früh auch die betriebswirtschaftliche Mikroperspektive da schon kennenlernen können auch sehr interessante Aspekte noch mal zur Struktur von seinem Werk finde ich aber jetzt würde ich ganz gern noch mal eingehen auf die Frage einer General Theory und auf die wissenschaftstheoretischen Aspekte wo sie ja auch in ihren Arbeiten ganz hervorragende wie ich finde Überlegungen drin haben und sich da auf den Ludwig Fleck beziehen Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache wo er so einen wissenschaftssoziologischen Blick auf die damalige Mediziner Gemeinschaft in Lemberg wo er da tätig war geworfen hat und sich angeschaut hat wie sich eigentlich dieser Syphilis Begriff entwickelt hat über die Zeit hinweg und sie versuchen das dann eben auch auf die Ökonomie ein bisschen zu übertragen und der Thomas Kuhn hat ja vieles abgeschrieben beim Ludwig Fleck und hat daraus dann aber diesen Paradigma Begriff entwickelt und ich glaube da ist er doch in einigen Punkten noch ein bisschen präziser als der Fleck indem er eben sagt ein Paradigma ist sozusagen ein Set allgemeiner Grundbegriffe dass eine Scientific Community teilt und innerhalb dessen sie dann forscht und innerhalb dessen auch fruchtbarer Erkenntnisfortschritt möglich ist während wenn so ein gemeinsames Paradigma fehlt eben kein integrativer Erkenntnisfortschritt wirklich möglich ist gleichzeitig aber beschreibt er ja dass so ein Paradigma immer wieder in eine Krise gerät wenn nämlich dessen Grenzen deutlich werden und wenn man in der empirischen Forschung merkt hier gibt es Dinge die können wir innerhalb von diesem Paradigma nicht mehr erklären die werden dann erstmal auf die Seite geschoben als Ausnahmen irgendwie versucht auszublenden aber irgendwann häufen sich diese Anomalien und dann kann man dieses Paradigma nicht mehr halten und es setzt die Suche nach einem neuen Paradigma ein und sie übertragen das ja auf die Ökonomie und sagen okay das ist eben für die Wirtschaftswissenschaft typisch dann für die Situation so einer großen Krise in der Great Depression hat die Suche eingesetzt nach so einer neuen Theorie und der Keynes hat dann so eine neue Theorie entwickelt und die wurde dann in der realkapitalistischen Aufschwungphase nach dem zweiten Weltkrieg zur dominierenden Theorie jetzt möchte ich aber nochmal den Konnex herstellen zu der Frage inwieweit kann man eigentlich in der Ökonomie überhaupt so eine General Theory finden und wenn ja woraus könnte man die konstruieren und ich glaube da hat Herr Stützel einen sehr originellen einfachen Ansatz entwickelt indem er sagt es gibt bestimmte Dinge innerhalb von einer Geldwirtschaft über die kann man nicht diskutieren nämlich buchhalterische Identitäten zum Beispiel die Tatsache dass jeder Forderung immer eine gleich hohe Verbindlichkeit entspricht und dass man deswegen in der aggregierten Gesamtbilanz der geschlossenen Volkswirtschaft immer sehen kann die Forderungen entsprechen genau den Verbindlichkeiten sodass Forderungen minus Verbindlichkeiten das ist das Netto-Geldvermögen der gesamten Volkswirtschaft natürlich immer Null sein muss damit argumentieren sie selber ja auch permanent und vollkommen richtig ja das ist also auch die Summe zum Beispiel der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungssalden also die wenn man die Finanzierungssalden in aller Sektoren zusammenzählt man immer auf Null kommen muss rein per Definition und diese Art von Aussage die der Stützel dann eben seidenmechanische Aussage nennt die sagt er die ist nicht wirklich diskutierbar sondern die ist rein definitorisch vorgegeben über diese buchhalterischen Identitäten und diese buchhalterischen Identitäten beruhen ja letztlich auf dem Grundsatz des bürgerlichen Rechts das Pacta Sundevanda Verträge müssen erfüllt werden das heißt wenn ich 1000 Euro schulde und die diese Förderung des Gläubigers wird fällig dann habe ich auch 1000 Euro zu bezahlen und nicht nur 900 oder 700 oder irgendeinen anderen Betrag das heißt die allgemeinen Grundlagen für eine Theorie des Kapitalismus die finden wir im Grunde genommen im bürgerlichen Recht und warum müssen diese Grundlagen damit auch allgemein und general sein ganz einfach deshalb weil das bürgerliche Recht selber allgemein formuliert ist weil es ja alle Menschen als gleiche vor dem Recht behandeln will und deshalb von allen Unterschieden absehen muss das heißt wenn wir uns auf der Ebene von Recht und die Kategorie Forderung ist ein Rechtskonstrukt die meisten Forderungen entstehen per Vertrag können natürlich auch per Befehl entstehen wie zum Beispiel Steuerforderungen aber der Großteil der Forderungen zwischen Privaten entsteht eben per Vertrag Gesetz und auf dieser Ebene glaube ich wenn wir da ansetzen da haben wir Material für eine in Anführungszeichen für einen allgemeinen Rahmen der von allen Forschern entsprechend geteilt werden kann und der ist in der Neoklassik überhaupt nicht bewusst der ist auch im Keynesianismus leider nicht so bewusst wie er sein könnte und der Stützel hat sich genau auf diese Allgemeinbegriffe die man aus dem Recht und aus der doppelten Buchhaltung holen kann konzentriert zunächst mal und die sehr klar und präzise herausgearbeitet und dann wenn es in diesen Bereich geht wo weil man es einfach mit menschlichen Handlungen zu tun hat die sehr komplex sind und wo man eben nicht einfach auf einfache Weise allgemeingültige Aussagen machen kann wenn es in diesen Bereich reingeht hat er dann versucht mit Verhaltensannahmen die man dann zusätzlich zu diesen seiden mechanischen Mustern einbezieht in die Theoriebildung aber nur sehr sparsam und auf eine sehr reflektierte und praxis kompatible Weise zu ökonomischen Vollaussagen zu kommen bei denen er genauso bescheiden ist wie sie auch und sagt kann man da kann man wirklich nur zu einer heuristischen Theorie kommen und da muss man auch ganz verschiedene Theorieansätze zulassen und anschauen wenn man aber diesen allgemeinen Rahmen hat kann man diese unterschiedlichen sich auch scheinbar widersprechenden Theorieansätze alle gelten lassen und jeweils schauen wo treffen sie zu und wo treffen sie nicht zu das heißt dieser Ansatz den er da verfolgt hat schon auch diese integrierende Funktion diese Vielfalt unterschiedlicher Theorien unter einem Hut auch integrieren zu können das geht allerdings nicht ab ohne die auch dann teilweise zu korrigieren und den Geltungsbereich einzuschränken und so weiter aber insgesamt scheint mir schon auch das Herangehen von Stützel auf dieser wissenschaftstheoretischen Ebene die sie auch sehr stark und sehr sehr gut also ich finde wirklich ausnehmend gut mitreflektieren da dass der Stützel das wirklich auch sehr klar bedacht hat und in der Konstruktion seiner Theorie berücksichtigt hat und vielleicht ist das auch nochmal hoffe ich zumindest eine Motivation für sie sich das doch nochmal ein bisschen genauer anzuschauen was er da gemacht hat sicher interessant aber das einzige was ich wissenschaftstheoretisch dazu sagen möchte ist dass jedes System von Kategorien also jedes Gliederungssystem zum Beispiel doppeltes Buchhaltungsgliederungssystem oder volkswirtschaftliches Gesamtrechnungssystem ist glaube ich seinerseits abhängig von einem Kontext von dem man selber glauben mag im Moment dass er weil es Identitäten sind immer wahr sein muss aber gleichzeitig ist es weil es immer wahr ist oder weil es Identitäten sind abhängig von der Nützlichkeit das heißt ich kann mir eine Ökonomie in 100 Jahren vorstellen in der diese Identität Forderungen sind Gleichverbindlichkeiten irrelevant geworden ist weil man in einer ganz anderen nur mehr realwirtschaftlich aber auf die Umwelt Bezug nehmenden Kreislauf Wirtschaft ist wo sozusagen das Monetäre aus welchen Gründen immer ich fantasiere jetzt bewusst gar keine Rolle mehr spielt und oder nehmen wir ein anderes Beispiel bei Wolfgang Schüßl Stützl hat vermutlich die Bewertungsänderungen von die reinen Bewertungsänderungen und wie sich das auf die Bilanzen und sozusagen Stromrechnungen auswirkt würde ich vermuten noch nicht diese Rolle gespielt ich habe wie gesagt die Saldemechanik vor ziemlich langer Zeit gelernt und kenne sie nicht mehr im Detail aber es würde mich nicht wundern dass seine Betonung er hat immer betont sozusagen den engen Connect zwischen Flows natürlich Stromgrößen Salden und den ersten Differenzen der Bestandsgrößen das ist überhaupt keine Frage aber die Problematik der Bewertungsänderungen denken wir wird vermutlich nicht so eine zentrale Rolle gespielt haben weil in den 50er und 60er Jahren das einfach in der Realität kein Problem war nicht wir hatten schlafende Aktienmärkte die Anleihenkurse haben sich kaum verändert die Wechselkurse waren sowieso fixiert und wenn ich stattdessen die letzten 40 Jahre betrachte dann würde ich Geldpreisschocks über die Schuldenkrise Lateinamerika Ostasien Finanzkrise sind allesamt Ergebnisse von geänderten Bewertungen das heißt wenn der Dollar steigt steigt plötzlich der Wert von einer Dollar Schuld aber natürlich auch von Dollar Forderungen ist klar und wenn die Aktienmärkte boomern also ein Bullenmarkt ist dann werden die Werte der Pensionsfonds Höhe und so weiter und dieses Phänomen das für mich derzeit im Moment sehr sehr relevant ist spielt auch bei Keynes leider keine Rolle der hat sozusagen sehr wohl über das Problem der schwankenden Bewertungen der Finanzmärkte im Kapitel 12 einiges geschrieben aber dieses Kapitel 12 hängt völlig in der Luft in der allgemeinen Theorie das heißt die makroökonomischen Folgen von Bewertungsänderungen werden nicht weiter ausgeführt weil es auch ziemlich kompliziert ist ich glaube zum Beispiel dass jetzt in der nächsten Zeit das ein interessantes Thema ist das aber möglicherweise wieder verschwinden wird auch meine Unterscheidung in realem Finanzkapital würde ich für historisch bedingt halten derzeit ist es glaube ich ziemlich relevant ich habe das Gefühl seit es Kapitalismus gibt hat es immer eine gewisse Relevanz gehabt aber eben nicht in allen Phasen gleich also zum Beispiel war der Einfluss der Finanzrentiers in den 50er 60er Jahren vergleichsweise bescheiden wenn auch die Renditeansprüchlichkeiten bescheidener waren insofern sind alle diese Dinge eben so eng verwoben mit der jeweiligen historischen Situation und die Grundparadoxie ist doch die eine ökonomische Theorie verändert ihr Objekt die Wirklichkeit wenn das richtig ist dann können wir gar keine allgemeine Theorie haben weil wir gar nicht wissen können das ist jetzt ein Hayek's Argument wie das Wechselspiel zwischen Theorie und Realität in 30 50 oder 100 Jahren ausschaut wir können es nicht wissen wir können nicht wissen welche Rolle zum Beispiel die ganze Frage des verbrauchs natürlicher Ressourcen beziehungsweise der Veränderung der natürlichen Umwelt für die Produktionsbedingungen spielen wird insofern bin ich eben skeptisch was sozusagen die Möglichkeit einer quasi waren Theorie jenseits von Raum und Zeit betrifft aber man kann das ja ohne weiteres verschieden sehen nur diesen letzten einen Gedanken noch die Frage der Bewertung spielt zwar in der Sagenmechanik von Schützl in der Tat überhaupt gar keine Rolle aber für seine Konjunktur Theorie spielt es die zentrale Rolle und er ist ja über die Frage der fixen oder freien Wechselkurse tatsächlich auch ausgetreten aus dem sogenannten Wirtschaftsweisenrat in Deutschland der Sachverständigenrat über diesen Streit weil er weil er gesagt hat nein hier wenn man die Wechselkurse freilässt dann nimmt man den Unternehmern eine Gewissheit nämlich das Versprechen dass es zwar freie Preise bei uns aber feste Versprechen gibt und wenn ich aber unter der Bedingung von freien Wechselkursen etwas in das Ausland verkaufe und dann vielleicht eine Dollarforderung halte und der Dollar dann sinkt bis ich dann bezahlt werde und dann sagt der Stütze das bürdet den Unternehmertum Risiken auf die sie so nicht tragen können und die müssen dann irgendjemand anders finden die diese Risiken dann tragen können und das ist dann so ein bisschen unsere Arbeit wir würden das dann mit dem Phänomen der Finanzialisierung verknüpfen die Leistungsbilanz werden immer größer länderübergreifend gleichzeitig sind die Wechselkurse frei erzeugt enorme Risiken für das Unternehmertum und das wird dann sozusagen bläst diesen Finanzsektor auf der diese Risiken dann tragen muss heute dann vor allem über sogenannte Finanzderivate die ja da durchaus dann auch eine gewisse Rolle spielt die reine Spekulation hinausgeht das fällt sehr weit wir haben ja noch viele Punkte wir müssen aber für heute da Sie gesagt haben Sie haben so circa eine Stunde Zeit da sind wir schon längst drüber hinaus ich möchte mich sehr bedanken bei Ihnen Herr Dr. Schulmeister auch für die Art und Weise wie das Gespräch hat stattfinden können das ist ja unter diesen technischen Betrieben gar nicht so ganz einfach aber ich habe es als sehr sehr angenehm empfunden ich hoffe Sie auch als bereichernd und ich hoffe dass wir in Kontakt bleiben und dass wir da dran bleiben und vielleicht an den Leuten Sie haben gesagt die Leute haben den Marx und den Engels in der Hand gehabt im Ende des 19. Jahrhunderts dann haben sie irgendwann den Keynes in die Hand bekommen vielleicht können wir an etwas arbeiten was dann irgendwann Leute in der Hand tragen ja das würde ich gerne so einfach ist das wunderbar danke Ihnen auch und bis zum nächsten Mal aber wie Sie schneiden das dann schon irgendwie zusammen ja selbstverständlich